Ich hab Rechte. Ja, du hast Rechte, klar. Wo wollt du dir denn hin? Ach, Dallas. Skinner-Konzert. Skinner? Ich mag Skinner. Ich glaub's nicht. Wir haben tatsächlich was Gemeinsam, ne? Sag mal, was machst du jetzt mit deiner Karte, großer Killer? Können sie haben. Willst du mich bestechen? Oh, das war wohl unhöflich, was? Wie siehst du denn aus? Oh, was haben wir da? She-Ra hier. Wir haben doch was Gemeinsam, ne? She-Ra. Sieh zu, dass du zur Crawford-Mühle kommst. Die beiden Mädels sind jetzt da.